Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Klasse Mount Quest. Heute geht es beim Dämonenjäger weiter wie ihr hier seht. Ich habe irgendwie die Hoffnung man sieht vielleicht Illidan dabei und deswegen dachte ich... Okay, sehr nett von dir, Matronmutter. Am Rande des Abgrunds, Rächer, Venian, es gibt da etwas, das ich gerne mit euch besprechen würde, wenn ihr einen Moment erübrigen könntet. Hört sich jetzt schon ganz anders an, ne? Ein teuflisch guter Fund. Mardum bringt eine Menge Geheimnisse und eins davon haben wir vor nicht allzu langer Zeit aufgedeckt. Kurz nachdem wir die Teufelshammer übernommen hatten. Es ist eine Art Brutstätte, die vor Teufelsfledermäusen nur so wimmelt. Wir haben die Jungtiere gefangen und versucht sie für unsere Zwecke gegen die Legion abzurichten. Doch vor einigen Tagen haben wir etwas noch Besseres erbeutet. Etwas, das eurer Stellung angemessen ist, Rächer. Sprecht mit Kyra und sie wird dafür sorgen, dass ihr zum Teufelsschwingenvorsprung kommt. Okay. Fürs nächste Mal. Meine Augen sind hier oben. Pff. Ja, mein Gott, ne. So, Kyra, ich soll mit dir sprechen. Glückmeisterin der Elidari. Von wegen fliegen. Ich werde hier gleich teleportet. Aber okay. Ups. Ah, ich dachte schon. Sprecht mit Matronenmutter Malicia. Also wieder mit der Matronenmutter sprechen. Das ist hier quasi ein Szenario. Oh. Sieht ja cool aus hier irgendwie. Da ist es also Fallblut. Ich weiß auch nicht genau, warum ich mich darüber jetzt gesagt habe. Es sieht zu cool aus, aber irgendwie sah es cool aus. So, da hinten ist die Matronenmutter. Matronenmutter, hallo. Once more, wir sind hier. Ich lebe, um den Elidari zu dienen. Bin bereit, Matronenmutter. Ich weiß nicht genau, wofür. Phase 2. Bringt die Bestie heraus. Vor ein paar Tagen hat diese Teufelsflirmaus unser Lagerangriff. Es geschieht nicht oft, dass wir ein ausgewachsenes Exemplar in die Gefänger bekommen. Daher habe ich darauf bestanden, dass wir sie einfangen und nicht töten. Die Zähmung einer solchen Videospieler-Kreatur bedarf einer Zuschaustellung. Eurer Dominanz ist natürlich meine Spezialität. Aber in diesem Fall würde ich vorschlagen, einfach Gefüge zu prügeln. Okay, da ist meine Elixal. Das ist wahrscheinlich das Mount. Hallo, Mount. Ist ja gar nicht mal so wenig AP anscheinend. Okay, jetzt wurde ich betäubt. Also ich habe es quasi angefangen zu töten, aber naja. Schnell fesselt die Kreatur. Verzeiht, sie scheint so ein bisschen zu sein. Ah, seht her. Eine Blutspur, wie praktisch. Ja, wie praktisch, nicht wahr? Okay, fliegen wir also hinterher oder was? Neher fliegen? Nein. Eure Dämonensicht sollte die Jagd einfacher machen, aber ich fürchte, wenn sie zu den Brutplässigen vorhören, wird sie euch nicht leicht fallen. Sie zurück zu Brüge. Fledermäuse können mitunter sehr temperamentvoll sein. Okay. So, einfach mal hinterher. Oh, Phase 4. Das ist ja wieder. Ein. Oh, jetzt kämpfe ich auch gegen alles, was hier so rumlief, aber hey, kein Problem. Ich habe mich schon wieder betäubt. Ich wollte jetzt schon wieder ab. Nein. Ich treupe mich einfach nur. Alles klar. So, Phase 5. Und dann dieses Wesen wieder einzufangen. Ja. So ist es halt, ne? Ein Reit hier, was man so gefügig macht. Da haben die anderen Klasse schon ein bisschen besser. Da ist das ein Freund. Und hier. Dämonenjäger halt, ne? Was will man da erwarten? Das ist halt ein bisschen anders. Ich bin gespannt, ob das dann auch das einzige Szenario bleibt. Das wäre dann ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Aber ich will hier noch nicht vorstellen, urteilen. Nicht, dass jetzt die Mönchskampagne so richtig krass war, ne? Lieber Fight, Jump and Glide. Da weiß ich nicht genau, soll ich das jetzt direkt machen? So. Bekämpfen. Mach ja anscheinend gar nichts. Also anscheinend ja doch, aber dann wieder auch nicht. The Fallwing Materia. Also ist ein weibliches Mount. Bleiblich anscheinend hier wieder. Oh. Nichts wieder weg. Bleib hier, bleib hier. Okay, so landet jetzt hier. Und wir kämpfen erneut. Ja, warum auch nicht. Wahrscheinlich töten wir jetzt diese Version und müssen dann uns, äh... Schön wäre, wenn all diese Fähigkeiten auch im Kampf irgendwie benutzt werden könnten, ne? So. So. Oh, 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 sie ist grün geworden. Und jetzt? Auf, 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 auf. Okay. Auf, 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 auf. Und gucken, ob, äh... Wo ich hingeflogen werde. Mal schauen. Ja, geht's direkt zurück zum Basecamp. Und da ist die Materialchen wieder. Hallo, Materialchen. Wie ich sehe, habt ihr die Beste gezähmt. Ich denke, es sind Glückwunsch angebracht. Willkommen in den Teufelsformer. Recher, wenn uns die Matronunterarbeit euch ja. Äh, erlaubt uns die Kreatur etwas präsentabler zu machen, damit sie auf eurer Teufelsheimer feierlich übergeben können. Sprechen mit Jidris, wenn ihr zum Schiff zurückkehren möchtet. Okay. So, dann mal zurück zur Teufelshammer. Und ja, da kommt der Leitabildschirm. Mal gleich zurück. Und dann gucken wir mal, ob wir hier die feierliche Übergabe irgendwo machen können. Da unten ist wieder die Matronenmutter. Ja, auch kein Illidan bislang. Euer Wunsch mag mir Befehl sein. Okay. Doch andererseits. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man eine erwachsene Teufelsfledermaus zähmen konnte. Aber ihr habt es offenbar, das Gegenteil, bewiesen. Das ist eine vielversprechende Entdeckung für uns. Doch für den Moment solltet ihr erst einmal alles sehen lassen, was ihr vorbeiracht habt. Okay. Ohohohoho. Ja, das habe ich vollbracht. Ohohoho. Das sieht ja schon cool aus, oder? Also ich möchte euch das nochmal kurz zeigen. Also das Aufmounten zumindest mal ein bisschen spezieller gemacht. Ja. Äh, hier. Und da ist das Mount dann, das Klaas Mount. Ja, schlecht sieht es jetzt nicht aus. Würde ich so nicht sagen, aber... Funktioniert wahrscheinlich auch ganz normal als laufendes Reit hier. Sieht ein bisschen witzig aus, finde ich. Ja? Finde ich tatsächlich. Aber... Äh, funktioniert auf jeden Fall. Eieieiei. Ja, egal. Ich konnte euch da jetzt fast gar nicht dran satt sehen. Aber, äh, ja. Ja, ich weiß nicht. Was meint ihr zu diesem Mount, zur Questline? Im Vergleich zum Mönch, die wir ja bisher auch hatten. Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. Euer Venian. Tschüss.